Willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League, zusammen mit dem Motörer und dem Zollrock. Das musstest du sagen, genau das, was du jetzt in Nintendo spielst. Ne, ne, ich musste fünf verschiedene männliche Charaktere sprechen. Und einer dabei sollte einen starken japanischen Akzent haben. Und das waren halt immer nur so für die Ulti-Attacken, so Ausrufe, weißt du? Und der eine, der hat halt gesagt, Rauch oder Rauchschleier. Und das sollte mit einem starken japanischen Akzent sein. Ja, Lauch! Rauch! Rauchschleieru! Lauch, Lauchschleier. Ne, aber Lauch ist blöd. Ich geb Gas, ich geb Gas! Ich habe tatsächlich bei Google Rauch eingegeben, auf Japanisch gestellt und es mir dann angehört. Aber das war auch scheiße. Das war bestimmt wieder... Ne, das war... Das klingt eher chinesisch. Das hab ich sofort genommen. Das klingt aber chinesisch. Ja, ich sollte ein deutsches Wort mit japanischem Akzent sein. Und es hieß Rauch. Und es war Rauch, das Wort. So sorry. Komm, geh rein, geh rein, geh rein! Nein! Ich hab kurz überlegt, hab ich noch Punkte. Tor im Rückwärtsgang, jawoll, Alter! Guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an eh im Rückwärtsgang. Na ja, sah jetzt nicht so aus, aber... In dir rückwärtsgang! Stand da halt. Guck's dir an. Guck's dir an. Dann fährst du nicht, lass dich jetzt auch so rückwärts, ne? Ja. Fahr nur rückwärts. Guck's dir an. Das ist schon wieder so ein Lappen, ey. Aber diesmal keine Playstation-Spieler. Du möchtest doch nur so Ausrufe machen, das ist für die Altimeter-Attacke, ne? Ja. Wenn sie einfach... Ne, einer war da, der muss sich ganz so... Volles Rohr! Wie? Volles Rohr. Und dann halt brüllen. Ich will jetzt hier nicht brüllen. Jetzt kommt die Ultimaid. Volles Rohr! Genau so ungefähr. Was ist das ein Film-Kund-Spiel, ehrlich? Ähm, das ist so ein Multiplayer-Tank. Äh, Tank. Tank! So ein Multiplayer-Tank! Ja, Panzerabschiedspiel. Ach, so hat die, äh, World of Irgendwet. Ja, aber im Comic-Style. Oh Gott! Ja, da machen natürlich... Nintendo kann ja nicht ernst machen. Die müssen ja immer irgendeinen Cartoon oder Witz einbauen. Ja, das wird jetzt auch kein Superspiel wahrscheinlich, ey. Ist halt so ein Jungen-So-Download-Titel. Das ist halt... Hör! Mal hin! Ey, wo du sagst, das gab schon wirklich lange kein Supersuperspiel mehr. Uuuuhh, shit! Von Tinendo. Uuuuhh, shit! Das ist ja ein Mario-Fart. Das ist ja ein Mario-Fart. Das ist ein Mario-Fart. Das hat keiner gesehen. Du hast schon wieder aufs eigene Torbyschen. Nein! Ey, Mono, ehrlich. Lass, lass, lass! Nein! Pass in die Mitte! Pass in die Mitte! Genau! Ich hab ein Pass in die Mitte gemacht, wie du gesagt hast. Boah, Alter! Der Stachel war doch für mich! Jetzt lass den Pümpel da, du! Oh Gott! Mono, lass die Tornado vereinigen! Nein! Nicht die Tornados kreuzen! Stacheln! Stacheln! Nein! Der hatte Enter-Haken, da machst du nix. Ja, du bist auch ein Haken! Enter-Haken kontert Stacheln. Achso, das ist so ein Stern-Schein-Papiersystem. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Du nicht. Ach nein, der macht einen Schuh! Aue! Wollte ich hier so schön wegkicken, ey. Was? Ich hab den voll berührt, oder? Der hat Stacheln! Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Mal weg, mal weg, mal weg. Ich werde aber in dem einen Stacheln hat den Ball zweimal gekriegt, ey. Das ist ein Wichser. Aua! Ö, was? Ich hab mich geopfert. Ich hab nicht. Du musst die Ram, du musst die Ram, du musst die Ram. Ja, okay. Ram sie! Ja, wie sie sich wieder gegenseitig den Ball wegnehmen. Nein, der Pümpel! Das war einer von uns der Pümpel. Der richtiger Scheißpümpel, Alter. Nee, nee, war nur Rang schon da, war nur Rang schon da. Ich wurde geportet. Ja, mach was draus. Püppel! Ich hab den fast gesaved! Raus damit! Nein, ich hab den gesaved! Und dann kam einer und hat mich gerammt. Der ist drin. Nein! Wer hat mich denn da gerammt wieder? Boah! Miss Finster hat mich gerammt, natürlich. Ich konnte nicht bremsen! Wer ist drin? Noob-Itom! Nicht mal mit dem Noob-Itom! Da war ein Tornado! Du bist auch ein Tornado! Ja, ja. Immer diese Ausreden, ey. Höhere Macht und sowas. Das ist ungefähr... Mein Hund hat den Ball gefressen oder sowas. Nein! Ich hab die Stacheln gerade eingesetzt! Finst du uns Knie! Sag mal! Ey, ich hab den rumgekickt, ey! Jetzt kommt der Pümpel! So, jawohl! Wie halten die eigentlich? Ja, Modo? Was soll das jetzt? Da, Mitte! Hallo! 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 Du musst wieder stacheln. Ich nicht. Ich wurde geshoot! Wir hatten den Ball... Wir sind den Blauen, ne? Gib ihm mal den Ball. Der ist drin. Ja, hier ist ein Ball. In die Mitte! Boah, ist so mega verwirrend. Ich bin so übereil. Nirgendwo. Weg, 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 weg! Ja, fahr! Schön! Boah, da wollte aber noch einer eiskalt absnacken, ey! Da wollte aber noch einer eiskalt absnacken! Ja! Warum hat das denn der Ball nicht... Das ist der Wahler! Da, guck mal! Du hast den Ball berührt, aber er hing doch bei mir dran. Deswegen hatte ich die letzte Berührung. Ach, guck mal! Ja, Mann! Ja, Mann! Das wird ich nicht wohl, typisch so im Tor! Der kann auch echt nichts außer der Gegner fänden! Unglaublich! Unglaublich! Der macht nur so seine Tore! Machen die da! Auf Seite, die sind schön auf Seite gefahren. Die haben sich gedacht, oh, der Modchi steht vorne! Der Stimme ist ja jemand anders vorne! Ey, diesen... Diesen Hexen muss ich noch veröffentlichten! Der Hexen muss ich noch veröffentlichten! Ja, ja! Ja, die fahren auch nicht! Aber du triffst nicht! Ja, wenn man sowas treffen will, muss man schon ziemlich inkompetent sein! Machen die denn jetzt? Gar nichts mehr! Bitte! Ich werde jetzt zweimal teleportiert! Was? Habe ich denn richtig gehört? Der ist drin! Ja, natürlich! Vorlage! Sieben auf japanisch oder chinesisch heißt Nana! Weiß ich nicht! Nana! Kann kein japanisch! Nananana! Mit dem Hack kann ich nicht zielen! Irgendwie krieg ich das noch nicht hin! San! Me! Bitch! Miko! Me! Bitch! Pumpe! Oh! Versaut hat er ihn! Pumpe! MVP Junge! MVP Junge! Der MVP Junge! MVP Junge! Der Mono-MVP! Mono-Mann! Oh! Flauschiger Totenschädel! Limitierte Antenne! Geil! Jetzt anlegen! Die habe ich auch schon! Nein, hast du nicht! Die ist limitiert! Nein, ich habe sie! Die ist limitiert! Doch, ich habe sie auch! Nein, hast du nicht! Glaube ich dir nicht! Ja! Das ist meine Antenne! Mhm! Alles gut! Alle drei zusammen! Du, 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 du! Der Hintergrund ist ja voll der hier! Der Koks! Wie ist das? Equalizer? Der Hintergrund ist voll der Koks! Genau! Da ist hier so ein Equalizer! Ja! Der ist drin! Hä? Hat der eine sich schon gepottet? Nee! Nee, der ist rausgegangen! Der hat sich rausgepottet! Der ist drin! Was?! Boah! Der war schön! Eigentlich schade, dass der nicht drin war, du! Oh, du, mach schon wieder irgendwas! Was? Ich habe den da vorne gespielt! Den angenommen! Der war eingefroren und hat er angenommen! Kritisiert mich nicht immer! Kritisiert mich nicht! Nur gesagt, du machst mal einen was! Ich habe den wieder nach vorne gespielt! Alter, ich werde der ganze Zeit zerstört! Kein Bock mehr! Der hat Stacheln! Pümpel! Der hat nichts mehr was! Was macht ihr denn? Uiuiuiui! Das ist aber knapp! Nice! Ja, hallo! Ja, hi! Ja, hi! Ja, hi! Auf jeden Fall! Ich habe schon ein Prüschtier auf meiner Antenne! Gefaul! Das ist voll limitiert und selten! Ich werde teleportiert! Und ich habe einen super Boost! Oh shit, der war nicht gut! Oh, Gott sei Dank, hast du den noch berührt! Ich weiß nicht, was jemand wird! Das war das vierte Mal zerstört! Achtung! Ja, ich bin gerade wiedergekommen! Immer diese Ausreden von dem her! Mach jetzt mal ein Anschluss-Tor! Ja, wenn ich vorne bin! Kein Problem! Und nicht bei dieser Map! Warum nicht? Ich bin überspielt worden! Bei uns hier! Ja, hat er gut gemacht! Eigentor! Nice! Nice! Habt ihr's gesehen? Nee! Kennt ihr diese Videos, äh, Luigi gewinnt bei Super Mario Party ohne was zu tun? Nee! Nee! Gibt's ganz viele Videos bei Youtube einfach, Luigi gewinnt immer das Minispiel ohne was zu tun! Okay! Und? Ich gewinne mal! Ja! Ich wollte nur gerade sagen, ungefähr so fühle ich mich grad! Yes! Schade, der war fast drin! Aber? Der war gar nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Mone macht wieder Wind und nichts! Oh! Der war schengel-püch! Der war magnetisch! Scheiße! Naja! Der war ja auf dem Mono nicht ganz klar! Nein! Ich hab den Ball nicht berührt! Der war typisch nach deinem Wurzahn! Ich hab den Pümpel abgewählt! Ich fahre ich in die richtige Richtung! Aber jetzt nicht mehr! Na aber ja bin ich! Ich bin in die richtige Richtung gefahren! Auf unser Tor? Schuss! Nee. Oh Gott. Ich konnte es nicht sehen, weil ich den Ball angeguckt habe mit der Ballkamera. Jetzt fahr auf! Ich kann nicht bremsen! Wow. Was für ein Ding würde ich bekommen? Das ist immer die Frage. Warte. Nein! Nein! Oh Mann, der hat diesen Boxhank schon gespielt. Steht das 1-1? Ja. Oh Gott. Schön. Der ist drin. Weil du den nicht reinmachst. Boah, der war beinahe an die Latte, ey. Ich habe es schon befürchtet gehabt. Wenn du den nicht reingemacht hättest, dann wäre die Luzi hier über... Diese scheiß Rampe da, ey. Oh oh. Zu hoch. Boah, der war echt sauknapp, ey. Er hätte dich fast abgestreift. Ja. Oh oh. Ähm. Ich habe Stacheln. Oh, ich bin daneben gefahren. Ja. Hab ich gesehen. Haben wir alle gesehen. Haben wir alle noch. Nee, habt ihr nicht gesehen. Jetzt werde ich durch den Wirbelwind. Keiner hat das gesehen. Hat auch keiner aufgenommen. Alle drei zusammen. Nicht die Strahle kreuzern. Mochi, warum hast du denn denn raus? Ich habe den Turbo. Ich habe immer eine Ausrede. Schön. Oh nein, jetzt habe ich dem Boost gegeben. Moly, warum machst du das denn? Moly, ich bin einfach Boost. Da habe ich nicht gesehen, dass der Stacheln hat. Ich bin aber auch hier gegen vier. Ich habe nicht gesehen, dass der Stacheln hat. Dann hat wieder einer Stacheln. Nein. Oh, zu weit weg. Ich habe einen Pimpel gehabt. Ich fahre ja nur noch im Kreis. Irgendwie hat der Pimpel eine scheiß Reichweite. Wer pimpelt denn da? Ich musste ausprobieren. Ich wollte gucken, wie weit er geht. Ja, das hast du jetzt davon. Ja, scheiße, man. Du konntest aber nicht wissen. Nee, die eigene Hälfte pimpelt. Das ist immer eine gute Idee. Ach, der ist auf der Stelle stehen geblieben. Der hätte alles raus passieren können. Ist halt dumm gelaufen. Alles. Weil so einen langen Pimpel wie du kriege ich nicht hin. Ich muss das Skill für haben. Der Pimpel ist das für langen, wie der Skill. Die richtigen Gene muss das groß sein. Oder die, ja, wollte ich auch gerade sagen. Oder die richtigen Gene. Stacheln. Was soll das für ein Sprung? Alter. Aua. Nicht gut. Tor frei. Kein Boost. Okay. Krieg auch nochmal rein ins Tor. Oder? Lieber so als anders. Oh, da fahre ich unten durch. Cool. Also gerade läuft es bei mir nicht so. Ja, ja, nein. Na ja. Bei uns ja. Ja. Okay. Ein Ding, ich mach jetzt Anschluss drauf. Mach mal Anschluss drauf. Ich glaube, ich bin sofort. Ich glaube, ich bin sofort. Ich bin einfach zu weit. Ich bin einfach zu weit. Oh. Feierungszieher. Nein. Mutschi wirkt sehr unbeholfen. Ah, hab dich eingefreund. Ja, Mono. Schöner. Nein. Nein. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ähm, weiß er nicht. Jawohl, 3 zu 9. Tut er nicht. 2 zu. Lock jump wieder Fußball. Ja, das stimmt. Äh, 3 zu 1. Lotte. Äh, was war das denn wieder von Feepümpler? Das war nicht von uns. Okay, ich könnte einfrieren. Jetzt bin ich daneben gesprungen. Nice. Er springt auch nochmal daneben. Mittelfeldpass. Aha. Schön. Ich hab auch noch einen. Der ist drin. Kann ich jetzt mal jemand reinmachen? Der hat stacheln, der hat stacheln. Was soll ich dagegen machen? Das. Ja, sehr gut. Und. Ich fliege ein bisschen rum. Könntet ihr was machen? Aber nicht so geil. Oh. Du hast stacheln. Nee, hast du nicht. Nein, wer hat Friedhin denn ein? Hast du das, Mochi? Nein. Der Schuh. Der Schuh. Oder finster. Ich war da nicht. Der Schuh. Oh Gott. Und meine Kopfhörer sind aus. Das ist nicht gut. Mono, fahr da jetzt hin. Aber das Spiel müssen wir uns auch ohne Kopfhörer weitermachen. Warum sind deine Kopfhörer aus? Weil das Kabel ist nämlich auch nicht der Antifizenteleportiert worden. Das heißt, wir hören ihn nicht. Guck mal, Mika. Wie geil. Mono redet jetzt einfach. Wir hören uns gar nicht. Es ist ja auch eine grüge Stelle, muss ich sagen. Mono, mach doch jetzt mal was. Mono hört, du ziehst deinen Kopfhörer. Das ist mir scheißegal. Ey, das war so klar, weil da niemand hochrollt, ey. Mono, du bist ein dicker, fetter Spaß. Ja, aber wenn man auch nichts hört, dann kann man den Ball auch nicht treffen. Ja, hast du recht. Ich habe doch gerade auf den Ball gewartet. Nein! Frechelt. So geil einfach. Hüppelt. Ich habe ihn angekündigt. Das ist echt komisch, wenn man nichts hört. Ja, das ist voll scheiße, was du da machst. Mono, ich habe Stachel, ich habe Stachel, ich habe Stachel. Mono, Mono, jetzt bin... Nein, 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 nein. Ich könnte in den Bildschirm hauen. Wo habe ich das Kabel für meinen Kopfhörern? Wie war das? Mono, weil du nichts hörst. Die Runde ist eh vorbei. War das eigentlich die zweite oder nicht? Macht ihr immer die Absage. Wenn es die zweite war, ich gehe mal gerade ein Kabel runter. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Mono, der voll spiel. Ja, Mono stinkt. Mono spielt alleine ab sofort. Boi. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020